Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem Video. Weiter in diesem Video zeige ich euch, was ihr macht, wenn eure erfolgreiche Trading-Strategie auf einmal nicht mehr funktioniert. Also die Strategie hat ewig lang Gewinne abgeworfen und dann wie aus heiterem Himmel macht sie mehr Verluste als Gewinne. Und jetzt wisst ihr nicht, geht das so weiter oder gewinnt die Strategie wieder. Das wissen wir ja nie an der Börse. Und ich zeige euch jetzt, was für Möglichkeiten es gibt, wie ihr jetzt weiter vorgehen könnt. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist David. Hier auf diesem Kanal geht es um erfolgreiches Trading für Berufstätige. So, dann nehme ich euch jetzt mit an den Chart und zeige euch direkt an meiner Strategie, mein eigenes Beispiel, wie ich jetzt mit negativen Situationen in der Strategie umgehe. So, jetzt hier seht ihr hier meinen Bildschirm. Und das ist eine von meinen Strategien und das sind tatsächlich die Ergebnisse, die wirklich so waren. Ich erkläre es kurz. Der erste Trade war am 26.07.2019 und jetzt der letzte Trade am 17.12.2020. Hier alle Trades. Also wenn ich hier mit 100 Euro Risiko in den Markt eingestiegen wäre, hätte ich mit diesem Silbertrade 349 Euro gewonnen. Hätte ich mit 1000 Euro Risiko diesen Trade gehandelt, hätte ich hier 349 Euro gewonnen. Das bedeutet, das ist sozusagen die Risikoeinheit. Egal, ich kann 100 Euro Risiko riskieren, ist eine Risikoeinheit. 1000 Euro Risiko riskieren ist auch eine Risikoeinheit. Es geht hier nicht um die Eurobeträge, sondern um die Risikoeinheit. Das ist ganz wichtig, um das hier zu verstehen. Also wir gehen jetzt hier mal davon aus, dass wir 1000 Euro Risiko in jedem Trade eingegangen sind. Dann ist es am Ende sehr einfach zu erklären und einfach zu deuten. Genau, also 1000 Euro Risiko. Dann hätte man hier 3490 Euro gewonnen in diesem Trade. Und dann im zweiten Trade wieder 1000 Euro Risiko. Dann hätte man hier 4010 Euro gewonnen. Also hätten insgesamt 7500 Euro gehabt. Weil das kommt natürlich obendrauf. Und dann hier in diesem Trade 150 Euro Risiko. 150 Euro gewonnen. Kommt wieder obendrauf. Dann sind wir bei 7650 Euro. Und so weiter und so fort. Das wird natürlich dann immer mehr. Solange die Strategie eben positiv ist. Jetzt hier sieht man, hat man einmal einen Verlust gehabt. Also bei 1000 Euro Risiko wären, hätten wir hier 1000 Euro verloren. Dann fallen wir hier auf 10.390. 10,39 Risikoeinheiten, wie hier dargestellt. Dann kommen wieder Gewinne. Dann steigt es wieder. Dann kommt wieder ein Verlust. Dann fällt es. Wieder ein Gewinn. Steigt. Aber wie wir insgesamt sehen. Hier bei 3490. 3,49 Risikoeinheiten. Es geht einfach immer höher. Wenn wir sehen, die Zahl steigt. Das ist auch diese Kurve. Da könnte man jetzt eine Kapitalkurve machen. Man könnte sagen, das sind hier 1000. 5000, 10.000, 15.000, 20.000 Euro. Okay. Es geht so nach und nach oben. Klar, wieder mal runter. Wie wir hier sehen, immer wieder mal. Das sind hier die Verluste. Hier aber nach und nach geht es nach oben. So. Jetzt sehen wir hier, okay. Wir haben Drawdown-Phasen. Drawdown-Phasen sind immer die Phasen, wo es runter geht. In dieser Strategie ist es immer nur ein Verlust. Wir haben einen Verlust. Wir gehen von 11,39 auf 10,39. Danach kommt ein Gewinn und wir machen ein neues Hoch. Das heißt, der Drawdown hier ist bei einer Risikoeinheit. Hier auch. Wir haben nie zwei Verluste hintereinander, sondern immer eine. Und danach kommt wieder ein Gewinn und ein neues Hoch. Das heißt, wir haben hier nur eine Risikoeinheit Drawdown. Das seht man hier nochmal. Hier geht es runter. Hier geht es runter. Hier geht es runter. Okay, gut. Jetzt, also wenn wir hier einfach so, wenn das so weiter läuft, dann werden wir hier auf jeden Fall Gewinne machen. So, jetzt ist was passiert. Und zwar hier am 28.07.2020 hatte ich einen Verlust. Okay, yo, passt. Kein Problem, hier hatte ich auch mal Verluste. Aber dann am 4.08.2020 kam ein zweiter Verlust. So, jetzt wird es dann spannend, weil, wenn ich jetzt hier davor schaue, ich hatte nie zwei Verluste hintereinander. Jetzt habe ich zwei Verluste hintereinander. Warum ist das jetzt wichtig? Ich habe hier zwei Verluste hintereinander. Hatte das vorher noch nie. Jetzt könnte es ja sein, es gibt zwei Möglichkeiten. Die Strategie wirft wieder Gewinne ab und die weiteren Trides sind wieder Gewinne. Dann ist es ja alles schön und gut. Wissen wir das? Leider wissen wir das am Markt nicht. Kann alles passieren. Das Wichtige ist, am Markt haben wir immer Unsicherheit. Das Einzige, was wir am Markt kontrollieren können, ist unser Risiko. Wir können nicht sagen, hier nach zwei Verlusten, ob wir wieder Gewinne machen oder weiter Verluste machen. Das wissen wir nicht. Das Einzige, was wir kontrollieren können, ich möchte es nochmal sagen, ist unser Risiko. So, jetzt können wir einfach so weitermachen, indem wir sagen, ja okay, ich riskiere einfach immer 1000 Euro. Sozusagen, also immer eine Risikoinheit und in dem Fall, wenn ich das so gemacht hätte, hätte ich hier halt dann weiter verloren. Und die Kapitalkurve geht langsam runter. Wenn ich jetzt immer, ich kann das hier jetzt weiterspielen, ich kann jetzt sagen, okay, wenn das jetzt tatsächlich weiter schlecht läuft, ich kann das hier weiter runterfahren. Also, wenn ich jetzt hier einfach weiter 1000 Euro riskiere und die Strategie tatsächlich weiter Verluste macht, dann saugt sie mir langsam die Gewinne wieder weg. So, das kann ich natürlich so machen. Natürlich kann es sein, dass ich vielleicht hier dann irgendwann mal wieder Gewinne mache. Vielleicht kommen hier dann auf einmal nur noch Gewinne. Jetzt, wir könnten sagen, hier haben wir Verluste, Verluste, Verluste und ab hier kommen nur noch Gewinne. Kann schon sein, dann wird es wieder steigen. So, aber das Problem ist, ich weiß es eben nicht. Ich habe keine Ahnung, ob hier weiter Gewinne oder Verluste kommen. Und da ich im Trading eben nicht wissen kann, ob ich Gewinne oder Verluste weiterhin mache, gehe ich immer von dem aus, was ich in der Vergangenheit hatte. Hier gab es immer ein Verlust maximal. So, und jetzt kann es halt einfach sein, dass diese Strategie, warum auch immer die Märkte hätten sich geändert, mehr Verluste machen. Klar, ich kann vielleicht auch hier mal ein Gewinne dazwischen haben oder so. Und dann werde ich hier ein Gewinne dazwischen haben. Oder hier ein Gewinne dazwischen haben. Kann alles, das kann alles sein. Also, ich kann aber nicht wissen, ob es wieder funktioniert in der Strategie. Das ist das Problem. Ich darf nur von dem aus gehen, was ich zuvor hatte. Was zuvor normal war. Und das war nur ein Verlust. So, da es bei uns im Trading immer darum geht, Gewinne, Verluste zu sparen, anstatt Gewinne zu machen, müssen wir jetzt also darauf, müssen wir einfach davon ausgehen, dass wir hier eventuell, wie jetzt hier eingezeichnet, einfach weiter Verluste machen. Die Strategie kann nicht mehr funktionieren. So, also ist es jetzt interessant, wenn wir schauen, dass wir die Verluste reduzieren. Wie können wir das jetzt machen? Also gehen wir davon aus, in dieser linken Spalte, die Strategie funktioniert nicht mehr, dann passiert das. So, jetzt machen wir mal die rechte Spalte und da zeige ich jetzt mein System, mein System, wie ich die Verluste reduzieren möchte. Und zwar, wir haben ja hier immer eine Risikoeinheit, Down-Phase. Und das war normal. Das bedeutet, wir haben jetzt hier einen Verlust. Ein Verlust hintereinander ist normal. Also alles gut. Jetzt hier haben wir wieder einen Verlust. Zwei Verluste hintereinander gab es noch nie. Das heißt, wir haben hier zweimal verloren. Jetzt beim dritten Mal weiß ich jetzt nicht, ob ich wieder verliere oder ob ich gewinne. Jetzt geht es zum Thema vorher. Es geht immer darum, sein Geld zu schützen. Also, da ich nicht weiß, ob ich verliere oder gewinne, wäre es jetzt klug, weniger Risiko zu setzen. So, und ich mache das immer im System so, dass ich sage, okay, wenn der maximale Drawdown, wie er hier ein R war, gerissen ist, ich habe zwei Verluste gemacht, dann gebe ich beim nächsten Trade, in dem Fall wäre es hier der dritte Trade nach diesen zwei Verlusten, der dritte Trade, nur noch das Hälfte vom Risiko ein. Also, minus 0,5. So, also ich riskiere hier nur noch die Hälfte. Jetzt ist es wieder so, dass ich jetzt ja nicht wissen kann, ob es ein Gewinn und ein Verlierer wurde. Ich kann euch aber sagen, hier an diesem Beispiel, dieser dritte Trade war bei mir ein Verlierer. Also, hier habe ich mein Risiko schon halbiert, das heißt, hier war es schon mal gut, das Risiko zu minimieren. Dann der nächste Trade hier am 15.12. war wieder ein Verlust. Was habe ich gemacht? Ich habe hier wieder verloren. Ich habe hier wieder mein Risiko halbiert, also nur noch minus 0,25 riskiert. Hätte ich mein Risiko gleich gelassen, hätte ich hier wieder minus 1 verloren. So, dann kam der nächste Trade am 17.12. der war wieder ein Verlust. Hätte ich mein Risiko gleich behalten, hätte ich hier wieder minus 1 verloren. Was habe ich gemacht? Ich habe wieder halbiert. Also, ich habe verloren, minus 0,125. Jetzt seht ihr erst das System, wie interessant es ist, wenn man hier Risiko halbiert. Und rein theoretisch, wenn jetzt hier weiterhin Verluste kommen, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich mache es mal so. Klar, hätte ich dann nochmal weiterhin mein Risiko reduziert. Da hätte ich dann sagen können, okay, minus 0,06. So, dann minus 0,03 und so weiter und so fort. Klar ist es jetzt wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass ich hier die ganze Zeit Verluste machen würde. Aber, wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Strategie wieder in den Gewinn kommt. Wie vorhin hier schon gezeigt, klar kann ich mal einen Gewinn machen, dann kommen aber vielleicht wieder Verluste. Und deswegen, das ist die Power von einem Risikosystem. Wenn du halt merkst, okay, mein maximaler Traudern wird überschritten, dann halbiere ich mein Risiko. Und das jedes Mal halbiere ich mein Risiko. Wenn es schlechter weiterhin schlecht läuft. Ich halbiere mein Risiko. Also, was passiert? Rein theoretisch würde ich hier jetzt weiter Verluste machen. Dann seht ihr, die Kapitalkurve zieht langsam runter. Wenn die Strategie halt hier eine schlechte Phase hat. In dem Fall, mit Risiko rausnehmen und reduzieren, sieht das Ganze so aus. Es bleibt weit oben. Natürlich kann es jetzt sein, dass ich nach und nach wieder Gewinne mache. Rein theoretisch. Jetzt können wir mal schauen, aber ich weiß es natürlich nicht. Es kann ja weiter schlecht laufen. Aber, wenn jetzt hier tatsächlich wieder Gewinne kommen, dann, wie wird es dann aussehen? Wie gehe ich hier mit dem Risiko wieder hoch? Und wie mache ich es hier? Also, auf der linken Seite ganz klar, da mache ich halt dann immer wieder 1. Also, da mache ich immer ein Minus 1 sozusagen. Und wenn ich gewinne, ist halt dann plus 1 oder plus 2 oder sowas. Können wir jetzt mal durchspielen, wie das wäre. Ich zeichne es mal kurz ein. Ich trage es mal ein. Also, jetzt beispielsweise. Wir machen hier unten wieder nur noch Gewinne. Also, die Strategie hat hier ihre schlechte Phase überwunden. Genauso hier. Und wir machen jetzt hier nur noch Gewinne. So. Hier gewinne ich dann gleich 1. Hier erst mal nur 0,03. Weil ich habe ja das Risiko gesenkt. Und ich gehe dann erst langsam wieder hoch mit dem Risiko. Hier beim zweiten Gewinn wieder 1. Beim dritten Gewinn 1. Hier 0,06. 0,12. 0,25. Was ich... Hier kommen überall Gewinne, okay? Deswegen gehe ich immer nach und nach hoch. So. Hier immer 1. Hier immer 1. Hier kommen überall Gewinne. Und dann, ab hier bin ich wieder bei 1. Hier 1. Also, hier habe ich wieder das volle Risiko. Und wie wir jetzt sehen, passiert etwas. Und zwar hier in diesem Diagramm von dieser Spalte, wo ich hier das Risiko stark reduziert habe und langsam wieder hoch, fallen wir hier fast nicht. Wir gehen langsam runter. Und dann hier die Strategie fängt an zu funktionieren. Und sie steigt. Natürlich ist es hier. Gehen wir schnell runter. Natürlich fängt es hier früher an, wieder schneller zu steigen. Aber insgesamt haben wir jetzt hier ein neues Hoch und hier noch nicht. Und wir wissen aber in dem Moment ja gar nicht, ob hier wieder Gewinne kommen. Es kann ja auch sein, dass dann hier wieder Verluste kommen. Und wenn jetzt hier beispielsweise hier wieder Verluste kommen, dann würde ich mein Risiko nicht weiter erhöhen, sondern bei 0,125 weiterhin belassen. Und sobald ich dann hier, hier habe ich ja dann nur 0,03, 0,06, 0,15, also nur 0,2 wieder gewonnen. Wenn ich hier jetzt dann mit 0,125 zweimal verliere, fange ich ja schon wieder dann an, mein Risiko zu senken. Weil ich bin ja fast nicht hochgekommen. Also ich bin hier dann echt stark geschützt. Also beispielsweise können wir durchgehen. Ich mache jetzt hier wieder Verluste. Dann wäre hier minus 0,125. So, dann wieder minus 0,125. Jetzt habe ich alle Gewinne wieder abgegeben. Das heißt, ich gehe schon wieder hier runter mit dem Risiko. Minus, das ist beispielsweise, wir haben hier drei Gewinne gemacht. Und dann geht die Strategie wieder runter. Also es macht wieder Verluste. Dann gehe ich hier recht schnell, komme ich hier dann wieder und senke mein Risiko. Das heißt, die Kurve hier macht ja das. Das heißt, die Gewinne werden fast nicht abgegeben. Was passiert hier oben, wenn ich das Risiko einfach immer beibehalte? Ich mache hier drei Gewinne, dann wieder Verluste. Was passiert? Es geht weiter abwärts. Und vorher habt ihr auch gesehen, wenn ich hier dann weiterhin Gewinne mache, also mehr Gewinne wieder, was dann hier mit der Kapitalkurve passiert. Also jetzt habt ihr mal einfach einen kleinen Einblick bekommen, wie ich mein Risiko senke, wenn die Strategie nicht funktioniert. Und das ist das Tolle. Egal, ob die Strategie wieder funktioniert oder nicht funktioniert, in beiden Situationen bin ich abgesichert. Wenn es weiterhin nicht funktioniert, dann geht die Kapitalkurve hier fast nicht runter. Und wenn es funktioniert, wie vorhin auch gezeigt, dann geht die Kapitalkurve langsam wieder hoch. Da könnt ihr nochmal zurückspulen, wenn ihr das sehen wollt, als ich hier überall Gewinner-Trades eingetragen habe, wie das dann ausgesehen habt. Wenn ihr das nochmal sehen wollt, spiel zurück. Ja, das ist eben die ganze Magic dahinter, wenn man Risiko reduziert. Und man kann das Risiko dann eben auch langsam wieder erhöhen. Und man ist trotzdem schneller auf neuen Hochs, wie wenn ich es nicht vorher gesenkt hätte. Und das ist halt die Magie. Und ich bin eben abgesichert, weil ich weiß eben nie, wie dann in dem Insomerfall hier, es kann sein, das zieht mir mein ganzes Geld wieder weg. Und so bleibe ich recht stabil oben. Und komme auch genauso schnell wieder nach oben, wie vorhin schon gesagt. So, das soll es jetzt mit dem Thema gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet euch damit ein bisschen Inspiration sammeln, wie ihr eure Strategie eben managen könnt, wie ihr Risiko senken könnt, wie ihr Risiko wieder steigen könnt. Genau, und wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal unten rechts und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und wir sehen uns im nächsten Video.